malzeit bei natur und garten ja heute mal ganz kurzes video und zwar ist heute der 7.01.2019 und seit heute gibt es mein kanal ein jahr ich möchte das erstmal nutzen um mich bei allen zu bedanken bei vor allen dingen bei meinen abonnenten die mir hier die stange halten danke dafür und natürlich auch bei allen anderen die so mal mit reingucken ja wie man sieht im hintergrund da sieht man es ich war gerade beim baustoffhändler material für das nächste projekt geholt ich werde wieder was basteln wird jetzt die woche kommt das video muss jetzt erst mal zu sehen dass ich das noch alles rein kriege für morgen ist wieder absolutes dreckwetter angesagt mit sturm und regeln und naja wie man im hintergrund sieht am himmel das graue haben heute schon beziehungsweise schon seit wochen ja wie gesagt danke an meine abonnenten ich würde sagen bis die tage macht's gut